Hey Jim, was ist deine Lieblingsshow? Ich gucke in Germany's Next Topmodel und du? Pornos! Ich glaube, das Glas ist halb leer. Ich glaube, das Glas ist halb voll. Ich glaube, du bist voll mit Scheiße. Du solltest niemals deine Träume aufgeben, Timmy. Ich will mal ein Serienmörder werden! Du solltest auf jeden Fall deine Träume aufgeben, Timmy. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Nimm. Ja. 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 Ja.